Jetzt! Ach ja, michi jetzt. Nein. Oh, da kommt... Ah. Die fallen ja direkt runter, ne? Ja, und der Wasseratmung ist halt schon korrekt. Reicht quasi bei 9 Blöcken einen davon mit Gras hinzusetzen und der Rest weg selber? Reicht das? Ich hab nicht zugehört, sorry nochmal. Bei 9 Erdblöcken reicht dann quasi theoretisch ein Block mit Gras, bis der Rest auch zu Gras wird? Ja, klar. Sobald ein Grasblock da ist... So lange hab ich jetzt einen hingesetzt. Stefan, das mit den Angeln, das kann man doch eigentlich überall wo Gewässer ist, ne? Ja. Also auch in so quasi einem Teich, der in den Bergen ist. Geht auch, Marc. Du kannst auch theoretisch in nur einem einzigen Block Wasser angeln. Okay. Das hat mich direkt neben mir, hab ich ja so einen kleinen Teich, dann würde ich einfach da angeln. Mach ich so direkt eine Kiste. Angelzeug. Und die Zauberbücher können theoretisch alles sein, ne? Ja. Jeder Verzauberung, die es gibt. Das ist halt nur sehr selten. Eigentlich müsste man es so machen, man müsste direkt neben dem Spawner ein Teich machen, dann da angeln. Und dann so direkt daneben, das ist halt dann schön die ganze Zeit Mops spawnen und dann hört mal kurz mit Angeln auf, tötet alle Mops. Kann man machen, ja. Und dann angelt man wieder. Ist ne gute Idee. Lass es praktizieren. Michi? Hm. Ich glaub ich mach das jetzt. Ich werde, wenn es okay ist für dich. Michi? Hm. Michi findest okay. Vielleicht. Ich... Ja, also es wäre doch einfach... Also ich versuche jetzt erstmal wieder zurückzufinden. Dann lerne ich mein Inventar, hol mir ne Angel. Siehst meinen Namen eigentlich bei dir auf der Minimap? Äh, ja, irgendwo. Über der, ja. Weit, weit, über der. Also Leute, ich verlass euch mal, oder ich sag das zu dem Mops gerade. Ich versuche jetzt irgendwie wieder zurückzufinden. Ich helfe mich nicht, dass du alleine. Außer ich... Du hast jetzt hier die Treppe hoch. Es fängt schon an, jetzt fängt schon an. Das war richtig, so. So. Nein, das war glaub ich falsch. Ja, jetzt fängt schon an, dass ich mich verirre hier. Okay, hier war es richtig, ne. Ich muss richtig stimmen. Fuck. Ja. Ja. Direkt beim... Beim zweiten Versuch. Schafft. Richtig, das ist einfach... Oh Gott. R-Garten, ne. R-Garten, ne. Und dann ist die ganze Zeit hier die Deckel stoßen. Boing, boing, boing. Hier bekommt man dann eigentlich die Grasblöcke direkt. Backtouch. Backtouch. Also was ist das, Backtouch genau? Also, ähm, vor uns haben wir zum Abbau. Ja, das kann man auch auf, äh... Bei der Schaufel. Ja, bei Schaufel gibt das auch, ja. Ja, und ich hab's nur auf der Schaufel, dass das bedeutet. Aber, ähm, Michi, zurück zum Anfang dürfte ich doch Schilder setzen, ja. Ja, dann können wir später wieder schauen. Lass hier weg. Oh, wieso? Lass hier weg. Brauch halt später einen Recken drüber. Ja, ja, später. Deswegen dachte ich, für den... für den Übergang. Vielleicht. Ich guck mal, dass ich das jetzt gleich einen Angriff nehme. Hat einer von euch Gravel? Ja. Brauchst du das? Ich spiele aber... Aber du kannst aber ja keine Kisten gucken. Äh... Wo war aber dein Haus? Äh... Hinter mich hier. Ach ja, das ist Quatsch. Okay. Ich hab erstmal ganz viel Loot im Moment, erstmal alles. Oh Gott! Ich hab's gar... Ich hab's gleich. Ich hab's weg. Voll, hab's toll gemacht. Gehen geschehen. Da guck ich mir aber direkt... die Sinfütter an. Oh, Mann! Hä, Micha, bei dir ist ja graus. Ist ich da! Stimmt. Da ist ja graus. Bin mir grad jetzt was er ist! Da nehm ich das direkt schon in Angriff mit den Angeln und so alles. WTF? Ich hab hier unten Mobspawner. Ein Mini-Zombie aufm Chicken? What? Sag mal, wo baust du eigentlich hin? Mehr rein. Der Tunnel kommt da vorne irgendwo dahinten. Das soll jetzt was werden? Das wird der Eingang, wo unter anderem eine Linie durchlaufen wird. Ähm... Da hatte ich aber schon gestern so ziemlich am Anfang gebaut. Ja... Warte, ich zeig dir mal kurz die, ähm... Also du hast ja gesehen deine Tunnelröhre, ne? Ja. Ähm, die ist quasi jetzt da hinten so halbrund geführt. Ist ja egal, dann kann ja bei jedem anders sein, oder? Ja, aber du hast gesehen, da ist ja noch halbrund mäßig geführt, ne? Ich bin mal weg. Da hab ich ja auch. Weil mich die Station kommt ja gleich noch in die Mitte. Hier sind wir disconnected from your channel. Ja. Tschüss. Werde ich mir viel weiter reinbauen, aber... Bis wohin würdest du deine Station, also deine Einfahrzeug bauen? Ähm, auch bis hier. Wo ich jetzt gerade bin. Bis hier noch ein bisschen abtragen. Okay. Ähm, wo hast du... Oten... Scrubble? Ähm, links. Da sind zwei Kisten... Oder guck mal, in den hinteren beiden, da sind... Da sind Blöcke drin überall. Sieht sich da. Ähm, da... Scrubble... Skelett, ernsthaft. Really, nigga? Oh, die Hütte gefällt mir. Danke. Danke, Mario. Die von Easy. Nein, meine. Hast du meine Hütte gefällt dir nicht, Mario? Ähm... Ähm... So fies. Was du meinst, würde ich mir zu dir sagen? Bei... bei deiner Hütte kommt es ja auf die... auf das innere Aussehen an. Das ist die... dieser Meisterwerk, hallo? Was laberst du? Ein weißer Weg in der Tarnung, das ja. Weil sie unter Tage ist. Ja. Das Besondere. Fuck. Ich bin natürlich einfach da, wo ich Zucker und Papier hab. Fack, als ob ich kein Glas mehr haben soll. Gerne. Ach, du Pferd hast aber heute. Ich hab... Ich hab... Du hast gerade nichts gekriegt. Ferden, 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 Ferden. So, jetzt brauche ich nochmal grüne Wolle und noch irgendeine Farbe. Ah ja, ich brauche einmal. Wie ist das eigentlich mit dem Wasser, Stefanie? Also je größer das Wasser ist, desto höher ist es vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass da was spawnt? Ich glaube, es ist ziemlich egal. Okay. Aber es ist nur etwas wahrscheinlicher, wenn es regnet. Also dann ist es wieder anders günstig. Ja gut, ich mache das unter Tagen, deswegen ist es nicht scheiße. Macht aber trotzdem einen Unterschied, glaube ich. Achso, okay. Und du kannst die Angel halt verzaubern. Cool. Ja, ja, das weiß ich schon, das weiß ich schon. Ach, ich wollte doch noch besitzen von Carmen. Wie komme ich, ähm, orange? Mit gelb und rot. Ah, das kann man so deutlich machen, okay. Aber, ähm, man konnte sich doch früher auf Treppen setzen, jetzt geht das nicht mehr, oder? Konnte man nie im Vanilla. Ach, das war, das war ein anderer Modus, hm. Ne, das war einfach ein Plugin. Deshalb muss ich nie sitzen. Ich nehme die trotzdem mit, so. Aber ich tue, äh, tu so als ob. Okay. 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 So, dann ist das Gleis auch fertig. Dann beginnt jetzt die Ausbildung. Oder ne, ich mach die Zwischenebene. Sag ich noch auf mit, Maric? Bitte? Sag ich noch auf? Ja. Hallo! YouTube! Wie geht's? Das ist sehr, sehr faszinierend, was ich hier mache. Ja, muss ja vielleicht auch nicht alles auch wieder bezeichnen. Zeitraffer oder so. Ja, manchmal machst du es nicht mit Zeitraffer. Mach ich nur so... Ja... Kurz weg. Ciao! Wie geht's eigentlich mit deiner Kniekehle? Kniescheibe. Hä? Kniescheibe. Besser. Besser, okay. Ich hab nämlich grad nicht verstanden, was du gesagt hast. Kniescheibe. Ach, Kniescheibe. Ey, ohne das. Egal. Anatomie ist auch... Okay, du hast mich voll ausgewahrt. Entschuldigung, ich werde nie wieder fragen, wie es dir geht. Ah, okay. Das weiß ich ja. Nächstes Mal spuck ich dich an, okay? Ich muss dringend Platz bekommen im Inventar. Soll ich schon ein Lagersystem machen? Ähm, nein. 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 Ich hab hier nur so'n Lager etwas. Lager etwas? So'n Zwischenlager. Etwas, das so aussehen sollte wie ein Lager. Nein. Wie ist das? Oh. Ähm. 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 Ja. So, jetzt rasier ich wieder. Bindungen überlegen. Rasieren! Das sind einfach zu viele Schafe, ich muss sie gleich, glaube ich, alle umbringen. Egal. Ach du Scheiße. Also, falls ihr von euch Wolle braucht, ich kann gerne sp- äh sp- äh sponsern. Jetzt muss ich überlegen, wie mache ich das? Äh, Stone Slap, Stone Slap, Stone Slap, dazu brauche ich die hier. H объüss. Das war's für heute. Jetzt muss ich überlegen. Hab ich alles... Nein, ich muss noch was... Was hast du denn, Stefan? Ich baue gerade an meinem Haus. Okay. Easy. XP-Farm. Das? XP-Farm. Bist du bei Michi's XP-Farm? Nein, ich hab da eine. Oh. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob wir sie ganz einfach ausbauen. Ich geh mit mir zu Michi's XP fahren und setze meine Idee mit dem Angeln um. Brauchst du eigentlich noch am... ...Loch um, Mario? Oder baust du dann jetzt schon da in eine Richtung? Bitte? Baust du schon in eine Richtung oder baust du noch ein Loch um? Was für eine Richtung? Baust du da... Baust du schon am Bahnhof rum in der Inneneinrichtung oder...? Ja, ich mach jetzt quasi die... Wände. Also ich baue die Wände jetzt quasi auch etagenmäßig. Das wird jetzt nicht alles dieselbe Wand sein. Ich mach jetzt erstmal... Unten im Boden hab ich's soweit fertig. Da fehlt noch ein bisschen was mit Gravel und auch Wolle. Wow, 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 wow. Ansonsten, ich könnte... Ich brauche langsam mal Quarz für die Redstone-Lampen. Die... Die fehlen... Du brauchst dann brauchst du kein Quarz. Nein? Nein, nur Doster und Werdstone. Oh, fuck. Oh, okay. Ja, trotzdem brauche ich beides. Aber beides hab ich nicht. Mal sehen, ob ich jetzt... ...was zu erschaffen hier jetzt mich... ...die Buditz, also... ...die Farben zu finden. Ich glaube... ...die Aufnahme kann ich jetzt erstmal beenden. Wenn ich jetzt wieder hier an den Wänden rumzimmere... ...das dauert wieder Ewigkeiten. Ist das ne Pistole? Ja. Die gibt's am Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runter nehmen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, darfst du ruhender... So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zauern. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Däm, 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 däm. Ähm. Wir sind so verleistet. Oh nein. Ich glaub nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähh. Ähh. Gellar. Frau.